Er rutschte aber einer, der sorgte immer wieder für Lichtblicke. Erst 18 Jahre alt, vor 10 Monaten gab er sein Profidebüt und mittlerweile spielt er auch in der U19-Auswahl des Deutschen Fußballbundes. Bevor Jürgen Seeberger zu Wort kommt, lernen Sie ihn einmal kennen, einen dieser neuen Typen der Liga. Louis Holtby ist der Shootingstar von Alemannia Aachen. Der deutsche U19-Nationalspieler ist einer der Top-Vorbereiter, der Liga. Schnell, quirlig, dribbelstark. Doch nicht nur deswegen ist Jürgen Seeberger so begeistert von seinem Flanken-Lowell. Louis ist technisch hervorragend, er hat einen klaren Kopf, er nimmt die Dinge sehr gut auf, er versucht alles aufzuschnappen, was er erlebt und das auch weiter zu verwerten. Er wird auch nicht abheben, da bin ich sicher. Holtby macht einfach nur Spaß. Er hat schon gute Leistungen gebracht, ihm fehlt sicher noch ein Tor, aber das kommt mit der Zeit. Aber er bringt sich da hervorragend mit in die Mannschaft, da ist taktisch auch gut ausgebildet. Es ist alles dran, alles drin. Louis Holtby, erfrischend, unbekümmert, frech, spektakulär. Eben ein echter Typ der Liga. Jürgen Seeberger, schönen guten Tag. Wenn einer positiv aufgefallen ist bei Alemannia Aachen in dieser Saison, war das eigentlich bis jetzt Louis Holtby. Der spielt aber heute nicht, warum nicht? Es ist so, dass er natürlich extrem viele Spiele hatte durch die Nationalmannschaft noch und aufgrund dessen gönne ich heute immer eine Pause. Und zum anderen haben wir natürlich Leute auf der Bank, die heiß sind und die es natürlich beweisen wollen, dass sie zu Unrecht dort sitzen.